Babys erster Sprung, äh, letzter Sprung. Hallo, ich bin Barbie und es da unten ist Ted Fred, mein neuer Freund. Ich will das soziale Verhältnis zu ihm und mir stärken. Und damit habe ich beschlossen, mich auf den Berg zu stehen in 20.000 Meter Höhe und Ted fängt mich auf. Ted, Ted, hörst du mich? Ja, Ted weiß ganz genau, was er tun muss, glaube ich, aber im Fall nicht so schlimm. Wir werden es jetzt einfach mal testen. Ich komme. Mittagspause. Faridoo!